Als wir das erste Mal in Jule angekommen sind, direkt nach den Erdbeben, war ich entsetzt. Das Dorf Jule war vollkommen zerstört. Die Menschen standen buchstäblich auf den Trümmern ihrer Existenz. Das Ziel des Vi-Akkordeumprojektes in Nepal ist, das Dorf Jule langfristig und nachhaltig zu unterstützen. Wir bauen in Jule ein Gemeindehaus. Wir planen die medizinische Versorgung zu verbessern, indem wir eine Krankenstation etablieren und langfristig betreiben. Wir versorgen die lokale Grundschule mit attraktiven Schulartikeln für das ganze Jahr. Vi-Akkordeum bedeutet Weg der Herzen. Wir gehen.